Tommi Haas Tag heute am Dienstag, leider ohne Tommi Haas auf dem Court. Trotzdem bist du bei dem WMW Open-Left-Wall-G heute zugegen. Das zeigt die Verbundenheit von dir zu diesem Turnier, oder? Ja, auf jeden Fall. Erstens möchte ich mich natürlich bedanken beim Turnierveranstalter Michael Mons, natürlich beim Turnierdirektor Patrick Kühn, dass es überhaupt so einen Tag gibt. Der hat mir schon vor ein paar Monaten mitgeteilt, dass es diesen Tommi Haas Tag geben wird. Und da war es natürlich auch nochmal eine extra Motivation für mich, natürlich auch als Spieler dabei sein zu wollen. Leider hat es nicht genug geklappt, er hat es wieder mit der Schulter noch nicht fit genug, um hier auf dem Platz stehen zu können. Trotzdem wollte ich natürlich bei so einem Tag hier auch dabei sein und mich bei allen bedanken, natürlich auch bei den Fans und dem vielleicht noch mal mitteilen, dass es vielleicht oder hoffentlich nochmal im nächsten Jahr klappen wird, hier wieder dabei zu sein. Würden wir uns sehr, sehr freuen zu diesem Jahr. Andy Murray ist am Start, Philipp Wohlschauber ist am Start, Guilamo Friess hat jetzt verletzt abgesagt. Das Turnier ist relativ gut besetzt. Wie schätzt du das Feld ein? Ja, sehr stark. Sehr starkes Teilnehmerfeld. Auch ein Bottista Gut ist hier dabei und ein Furnini, die wirklich auf Sand auch sehr, sehr gutes Tennis spielen. Philipp Wohlschauber, der hier auch immer sehr gutes Tennis spielt. Natürlich auch immer eigentlich so ein geheimen Favorit. Den muss man erstmal hier besiegen, was sehr, sehr schwer sein wird. Aber klar, mit Andy Murray haben wir hier einen von den ersten Top-4-Leuten, der hier auch schon zwei Grenzenenteniere gewonnen hat. Der Olympiasieger ist also ein richtiger Top-Profi. Und das ist auch sehr schön, glaube ich, mal hier für die Zuschauer, mal wieder einen von denen hier live spielen sehen zu können. Ja, du willst nochmal richtig angreifen. Für deine Fans vielleicht im nächsten Jahr, 2016, klappt das dann? Ja, man soll ja niemals nie sagen. Und so weit nach vorne blicken ist auch blöd. Aber auf der anderen Seite versuche ich natürlich jetzt auch in den nächsten Wochen, Monaten einfach wieder die Schulter so hinzubekommen, dass ich irgendwann mal wieder starten kann. Und um auch zu sehen, wie spiele ich auf der Tour? Was macht die Schulter nach ein paar Matches? Wie fühlst du dich am Ende des Jahres? Aber klar, wenn ich fit bin und die Schulter hält und ich kann einigermaßen noch gutes Tennis spielen, dann möchte ich natürlich unbedingt nochmal hier in den Start gehen. Und dann wünschst du dir das ganze Team von den BMW Open bei FPÖ für deine Zukunft. Alles Gute. Vielen Dank.